Ich will, ich will, ich will, ich will, ich will endlich dahin, wo mein Traum anfing. Jamila ist eine sehr, sag ich mal, starke Person. Sie hat ein unglaublich starkes Selbstbewusstsein, ist trotzdem irgendwie lustig und lebensfroh und auch unheimlich klug. Und weiß auch viel, will viel wissen und sie geht mit einem aufrechten Kopf durchs Leben. Du musst nicht so scheiße zu Rainer sein, nur weil dein Papa dich nicht will. Hau optimist Geburt. Nini ist ein Mädchen, was eher am Anfang sehr ruhig ist, sag ich mal, so im Gegensatz zu Jamila. Sie sind halt so ein bisschen gegensätzlich und Jamila ist so ein bisschen halt die Anführerin, sag ich mal. Aber sie entwickelt sich dann durch den Film ziemlich doll und wird auch erwachsener sozusagen und nimmt dann auch halt selbst mal die Zügel in die Hand, wenn man das so nennt. Sie ist sehr ehrlich und wenn zum Beispiel sie irgendwie lügt oder sowas, dann kriegt sie auch meistens ein schlechtes Gewissen und steht halt mehr so zur Gerechtigkeit und so und möchte halt immer so das Gute in allem sehen. Schösser! Du hast doch keine Ahnung, Mädchen. Die können beim Aufpralllicht die Eier platzen. Wie Eier platzen? Wie hat er denn den Scheiß erzählt? Das ist kein Scheiß, Tarek gesagt. Ja, weil Tarek ein Scheißoverbreiter ist. Stört langsam. Selber, stirbt langsam zwei. Hört auf. Will jemanden bang bang? Amir Begovic ist ein, naja, eigentlich wahrscheinlich dann doch irgendwie sensibler eher und, naja, gar nicht so wahnsinnig cooler und aggro Typ, wie er macht und ist halt so ein bisschen... Okay, kannst du mit? Kann ich, nein, ich muss auf dich aufpassen, in den Serien. Alter, ich bin doch ein Mädchen. So ein bisschen ein Fehler am Platz habe ich natürlich ausgefühlt, so, da wo er steht im Moment. Schäm dich! Schäm dich selber! I think that at one point in the film Jasna loses everything so much that she becomes even more fearless, that she is not afraid to dance on the balcony, and even though she knows what it means, she knows that she can die and that's the true force that lies in her, that she is not afraid of death because death would be even better for her than living in, than living this kind of life that she lives. It's like a, she's like a caged bird. Nura ist eine sehr starke Frau, sie hat extrem viel durchgemacht, sie ist eine sehr liebevolle Mutter, die, äh, die für ihr Kind lebt, würde ich sagen, ja. Mama, ich kann kein Arabisch. Wer sich in Dinge einmischt, die ihm nichts angehen, hört Dinge, die ihm nicht gefallen. Ich sag doch nur meine Meinung. Ich will, dass ihr euch da nicht einmischt, alle beide, habt ihr verstanden? Ist ja schon gut. Mama, jetzt hast du guckt, wie die strockt. Guck mir deinen Teller. Annika Lindemann ist, ähm, ist die Mutter von Nini und man lernt sie kennen, dass sie wirklich phlegmatisch, äh, im Drehbuch steht lustigerweise wie ein gestrandeter Wal, eingebettet zwischen Chipstüten, äh, sie ist mittlerweile Teil des Sofas geworden. Ich hab mich sehr gefreut, als ich das gelesen hab. Du musst dich mehr anstrengen, Nini. Außerdem hab ich einen Typen umgebracht, um Christian Messger spritz.